Keiner glaubt mir, dass der Busfahrer genau so einen alten Kompass hatte. Und Vincent hat auch so einen. Das kann doch kein Zufall sein. Die stecken doch unter einer Decke. Mann, John, hol mal Luft. Kannst du dich einfach pennen? Was bist du so misstrau? Ich bin misstrau, weil David mir auf den Sack geht. Und was macht er denn? Der mal mit seiner neumarklugen Art. Ich weiß gar nicht, was Emily an ihm findet. Die hängt ständig zusammen rum. Na und? Die verstehen sich ja gut. Das kann dir doch egal sein. Ist es mir auch. Oh, na eben. Du bist doch eh die ganze Sack im Schloss. Wann kommt Laura eigentlich wieder? Sie darf doch nur mit dir zusammen raus, oder? Hast du das Kleid heute gesehen? Mann, die sah aus wie eine richtige Prinzessin. Findest du nicht? John, nerv nicht rum und schlag dir Laura aus dem Kopf. Warum das denn? Du checkst es nicht. Sie will nichts von dir. Was? Natürlich will sie was von mir. Wie kommst du darauf? Oh, hallo Laura. Ich bin die tolle Hand von John. Und ich finde dich total super. Alter, das ist eine Baroness. Das ist nicht deine Liga. Sie hält dich für den Hofner. Du lügst. Das muss jetzt echt sein, oder? Ich will dir auch nur helfen. Und jetzt gib Ruhe. Also, ich bin das zu ihm. Okay. Ich will mich. Okay. Ich will mich. Okay.